Frau Feernbacher, Digital Transformation ist das große Thema auf der Hannover Messe. Was zeigt denn Festo dazu? Wir schauen, wie können wir den Kunden helfen, mittels smarter Produkte produktiver bzw. effizienter zu werden. Wir sprechen auch immer von der Digital Customer Journey, die digitale Reise, also von der Informationssuche über die Konfiguration, Bestellung, Inbetriebnahme und dann auch die Wartung und Instandhaltung Services bieten wir verschiedene Softwarelösungen an, um den Kunden zu unterstützen. Wir haben auch die Mensch-Roboter-Kollaboration immer im Blick, also die gefahrlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter in der Fabrik der Zukunft. Wir schauen aber auch, die Digitalisierung fordert ja auch neue Technologien und diese muss man ja auch anwenden können. Also stetige Lern- und Weiterbildung ist ein Thema. Die Festodidaktik bildet seit 1950 Mitarbeiter aus und hat da auch eben Lernkonzepte für die Digitalisierung. und wir schauen auch immer, welche Anwendung erfordert welche Technik, welche Lösung. Also es muss nicht immer Pneumatik sein, es muss nicht immer Elektrik sein. Welche Technologie bietet sich eben im Individualfall an oder eben auch die Kombination. Das sind so unsere Schwerpunktthemen. R.: 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 Vielen Dank.